Nicht hier! Schweinelendes! Kommt ihr, um Zwillingsklingsprogramm zu sehen? Sind sie nicht wunderbar? Das wird ne tolle Party! Musst du mir erst mal anschauen. Dann schauen wir mal, was gibt's denn hier Schönes? Was? Rausholen? Euch? Warum? Was krieg ich dafür? Garantiert tun sie das. Der Wächter hat den Schlüssel! Holt ihn! Dann hole ich mir den Schlüsselwächter. Bleib stehen. Helft uns! Ja, ich helfe euch doch schon. Ich bin doch schon dabei. Einmal Kopf ab für den Händler. Und wir haben den Schlüssel bekommen. Flieg, Kopf, flieg! So, jetzt aber. Der ist am öffnen der echte Tür. Hallo, schöne Frauen. Recht herzlichen Dank. Ja. Ach, ich dachte schon, wir würden sterben. Aber ihr seid schnell hier weg, bevor die Wächter das Spitz kriegen. Naja, rennt mal schön. Tschüss. Hab euch lieb. Achtung, sie brechen aus. Zwillingsklingsgeiseln sind frei. Schnapp sie, bevor sie entkommen. Und jetzt können wir da oben reingehen. Wuhu! Dopp, 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 dapp, 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 dapp. Ist doch keiner auf die Idee kommt, mal da oben nachzuschauen und so. So, wunderbar. Das haben wir. Und jetzt will ich noch etwas anders machen. Nämlich hier wieder uns geruhsam einkleiden. Ähm, im Moment war das. Dann nochmal. Und zwar schon mit eins nach dem andern. Der Räuberhut. Achso, den haben wir schon. Ähm, gut, der Fischhut macht weniger Rüstung. Macht aber mehr Attraktivität und weniger Gruselfaktor. Hm. Oder machen wir das so? Komm, lassen wir den Räuberhut. Dann die Hände. Attentäter im Vergleich machen auch weniger Rüstung. Da scheiß doch drauf, wisst ihr was? Gewendung, Attentäterkleidung, Draken. Und auf den Kopf. Komm, sieht dann wirklich nach Ninja aus. So. Gut gemacht. Das Tor ist offen. Ja, das ist es. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklingsgebiet. Wunderbar. So sehen wir aus. Ich will dann einen ganz bestimmten Hut haben. Den habe ich jetzt aber noch nicht. Aber jetzt haben wir schon mal das hier. So. Wunderbar. Tralali und tralala. Geht durch das Tor in Zwillingsklingsgebiet. Ja, ich weiß es doch. Immer diese Hilfen für Noobes. Ganz schlimm. Oh, was haben wir hier? Können wir hier irgendwas buddeln? Buddel, 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 Buddel. Geht durch in Zwillingskling. Ja! Nerv mich nicht. Wee! Zwillingskling-Selt. Ich hab auf euch gewartet. Was? Ich seh noch nichts. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Okay. Warum immer ich? Na ja, was soll's. So, hier. Zeig dich. Zwillingskling. Wo bist du? Zeig dich, die Schweinebacke. Ich hätte die Augen aufgerissen. Ja, sieht schon übel aus. Und ihr wisst jetzt, warum Zwillingskling. Ich sagte, ein Gildepüppchen wird kommen, und da seid ihr schon. Ja. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Die sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Tja, solltest du mal wieder weiter losziehen. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus. Ach, das bildest du dir nur ein. Deine Augen sind schon nicht mehr die besten. Gildepüppchen, lasst sehen, was in euch steckt. Aber gerne doch. Ja, und wir müssen ihn am Rücken erwischen, denn da ist seine Schwachstelle. Oder natürlich halt einfach, wir machen es auf die übliche Art. Stopp. Du erwischst mich nicht. Du erwischst mich nicht. Du erwischst mich nicht. Also, ich zeige euch jetzt, wie man das so eigentlich machen könnte. Als erstes immer den Ausweichen. Warten bis ein auf den ihr macht, und dann in den Rücken schlagen. Aber wir sind ja ein großer Magierkrieger. Das heißt, wir machen einfach ein auf den hier. Oh, hier erwischen wir mit. So, dann rennen wir wieder mit dem Kreis, halten wir die Zeit an. Und ähm, ja gut, eventuell sollte ich ja auch nicht Shift-Grid rückfälten, sondern das andere. So, dann machen wir das dann mal schnell so und machen dann einen auf den hier. Na, erwisst du mich noch? Nein, erwisst mich nicht. Oh, er hat auch seinen Handgriff noch die Starke. Oh, er hat auch seine Handgriff noch die Starke. Dapp, 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 dapp. Ah, du sollst doch nicht außerhalb des Kreises gehen. Dapp, 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 dograph, dapp. Drei wieder. Und Boom. Na komm, jetzt sterb schon. Was? Komm schon. Langsam solltest du aber mal genug haben. So, und... Ich bin viel zu schnell für dich, großer Sack. Großer fetter Sacki-Sack-Sack. Warum steigt unser Kampf-Multiplikator nicht? Genau, verspotten wir ihn versehentlich mal. Warum auch nicht? Und... Bumm! Na also... Macht es kurz, das würde ich für euch auch tun. Ja, ja. Wer bist du? Erkennst du deine eigene Schwester nicht? Ähm, nein. So erkenne ich sie nicht. Ihre Vergangenheit erneut vor Augen, kehrten Theresas Gedanken zu einem Feuersturm zurück. Orgwell brannte. Ohne einen Laut sah sie zu, wie die Räuber ihre Mutter folterten. So, so. Danach wandten sie sich ihr zu und befragten sie nach ihrem Bruder. Okay. Und wir haben uns einfach versteckt. Ihre Antwort war nur ein böser Blick. Und deshalb zerstach der Anführer ihr die Augen. Boah, böse. Was ist das denn? Die Banditen verschleppten die Mutter des Jungen und ließen Theresas im Wald zurück. Aha. Dort kroch sie drei Tage lang umher, blind und verzweifelt, bis sie von Räubern gefunden wurde. Und die haben sie dann wohl aufgetreten? Zwillingskling und seine Leute. In ihrem Clan begann sie ein neues Leben als Dienstmarkt. Aha. Und jetzt? Doch der Räuberkönig spürte ihre ungeheure Stärke und Willenskraft. Und hörte gut zu, wenn sie im Schlaf dunkle Prophezeiungen murmelte. Mhm. Wer nicht akzeptierte, dieses kleine, blinde Mädchen an der Seite des Anführers zu sehen, überlebte nicht lange. Ja, kann ich mir vorstellen. Wer sie angriff, wurde von ihr getötet. Schlau ist aber zu links. Meine Schwester ist ne Mörderin. Denn so war jetzt ihr Platz in dieser Welt. So, so. Na, darf ich jetzt weiter machen? Bitte? Langsam? Hoffentlich? Ich hab so viel gesehen. So viel Tod. So viel Sterben. Und das ohne Augen. Ich hab dich gesehen, kleiner Bruder. Schön. In einem Ring aus Sand und Blut. Eine Arena voller Geheimnisse. Und ich hab gesehen, welche Wahl du irgendwann treffen musst, zwischen Licht und Dunkelheit. Theresa! Tut mir leid, Zwillingskling. Du musst ab jetzt allein gehen. Wie wir alle. Hm. Aber bevor ich gehe, Bruder, hab ich ein Geschenk für dich. Für all die verpassten Geburtstage. Bleib mir mit Kurztang recht. Eine Gabel, die in unserer Familie liegt. Und was? Ah, wahrscheinlich haben wir jetzt Erfahrung bekommen. Er wird dich finden, wenn du schläfst. Und wenn das Tageslicht verblasst. Wer wird mich finden? Worauf wartet ihr denn noch? Macht Schluss. Oder zieht Leine. Ich bin eh so gut wie tot. Ich bin niemandes König mehr. Okay. So. Die Klinge. Und ab. Ach, du dummes Ding. Auf einmal will er wieder kämpfen, oder wie, hm? Ja, ja. Komm. Vier. Und die drei. Erledigen. Wir haben mal viele, viele Räuber nebenbei. Und die vier. Na komm, steht mir nicht so im Weggeld um, Leute. Yay. Und weiter geht es. Zwillingskling muss sterben. Das Geräusch nur. Puppe für Puppe. Oh. Es sollte ein wenig auf Abstand gehen in der Mitte. Ah. Unser Energie ist schon wieder fast weg. So. Und wisst ihr was? Hilden. Ach nee. Inventar. Gegenstände jetzt, wo wir zehn haben. Reicht das wir auch. Da können wir den Machtzeitalter trinken. Ja, ich schweiß es. und tränke den Windskraft-Zeitalter-Trank Fuck, jetzt haben wir dadurch unsere Kampf-Moliplikator verloren. Scheiße haben wir nicht so viel Energie bekommen Naja, gut Wir kriegen das auch so hin Komm, jetzt aber langsam mal solltest du schon nicht spielen Ich hab schon wieder was gewohnt Keine Angst, Gelbmeister Ach komm, ach komm Geh tot Sehr schön, dann schauen wir uns hier mal um Und zwar haben wir hier eine Kiste, yippie Und in der Kiste ist was drin, ne? Ein Diamant, wow Bissenreich, Diamanten Jetzt plündern wir hier noch sein Lager, würde ich sagen So Erstmal Kisten Und Noch mehr Fässer meine ich, nicht Kisten Hier ist, das hier ist eine Kiste Sowas öffnet man, sowas schlägt man nicht kaputt Denn das leuchtet Ach ja, stimmt Die Kiste war, äh, Fass war nicht statt zu wählen Und ich sollte erstmal schauen Ob ich die Dinge überhaupt anwählen kann Bevor ich zuschlage Damit könnte ich gut Zeit sparen Na komm, jetzt Rüff da auch mal Noch eine Kiste Was ist hier drin, ne? Was ist hier drin, ne? Nochmal Gold Und noch eine Kiste Was ist hier drin, ne? Ja, Wiederbelebungsviole Yippie So, Waffe wegstecken Und damit haben wir die Quest erledigt Komm, geh 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 natürlich nicht War ja klar Müssen wir halt erstmal hier rausgehen Bitte Oh, Zwillingsklingseliten Geh jetzt, geh wieder Ah, jetzt ist erstmal die Quest zu Ende So, so Gut, oh, 17.000 Erfahrung Ja, neben kein Schaden ist viel geschlagen Dafür haben wir wenigstens alle einen Räuber besiegt Das Spiel wird gespeichert Wir begeben uns in die Helden-Gelder Und das gilt nochmal ein wenig Helden-Gelder-Teleportation Das war ein sehr eindrucksvoller Sieg, o Held Aber Mace hat Neuigkeiten für euch in der Gilde So, so Ihr sollt sofort dorthin gehen Ah, machen wir später Erstmal schauen wir hier, was es hier Neues gibt Ja, wir haben eine neue Questkarte Nämlich Händler-Massaker und Händler-Rettung Interessiert mich aber beides nicht Ja, nervt mich nicht So, als erstes mal die Angriffszauber Die höllische Wut stärker machen Yay Können wir sie nochmal stärker machen? 25.000? Nein, natürlich nicht Fehlt uns ein wenig was Ähm, ansonsten das körperliche Schild Machen wir auch mal stärker würde ich sagen Wenn es geht Ja, geht gerade noch so So Wunderbar Sauerkraft sollten wir dann das nächste Mal auch mal in Fertigkeiten Was haben wir hier? Die List Das Tempo und die Zielgenauigkeit Ich würde sagen, da machen wir nochmal die List etwas höher Denn das bringt uns noch bessere Preise bei Händlern Wodurch wir noch mehr Gold machen können Ansonsten Schauen wir nochmal in die Stärke rein Ja, Körperbau Das brauchen wir für Waffen Um die Waffen tragen zu können Damit die Fähigkeitspunkte eh haben können Können wir sie auch investieren, finde ich So, da haben wir hier noch Stärke und Zähigkeit Ach komm, dann machen wir hier unsere Stärke auch nochmal höher Oder? Ne, Gesundheit war das genau Denn man weiß ja nie So, jetzt bei Fertigkeit Was können wir hier noch machen? Ähm Die Genauigkeit und das Tempo Die Genauigkeit Definiert eure Genauigkeit und Distanzkampf und danach wie viel Schaden ihr Ja gut, Schaden ist immer gut, dann machen wir das erstmal So Und fertig gespielt Sucht in der Gilde nach weiteren Quests Nein, mach ich nicht Ja, ich hab doch schon Ist nix Guckst du Nix da Hier, wie ist du? Nix da So Und jetzt will ich nochmal hier bei unserem Handling-Gelder Verkäufer vorbeischauen Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt Das behauptet ihr ja immer So Kleidung brauchen wir doch gar nicht, was mache ich denn? Waffen Waffen Meister Waffen Also das nächste wird ein Meister Großschwert sein, habe ich gerade so spontan entschieden Und ansonsten Meister Langbogen Oh, der hier macht auch nochmal gut Schaden Aber vorher Bevor wir jetzt komplett pleite sind, kaufen wir erstmal hier alles Zeug von ihm auf Schenke, okay Und schauen, was wir verkaufen können und wie viel Gewinn das macht Sehr schön Jetzt wird er kaufen Gegenstände, Tränke, alles kaufen Aha, nur 4000 Bringt doch Kompost Hm, was können wir da? Wir haben ja nur das eine An Kleidung Was können wir an Kleidung verkaufen? Nein, die Attentäter-Handschuhe, die bleiben bei uns Okay, dann kaufen wir das Schwert Er hat den Bogen später Ja, komm, da reden wir nochmal schnell mit Maze Mit dem Maze-Mann-Rede-Mann Wupp und Wupp und Wupp und Wupp und Wupp Wupp und Wupp dich, Wupp dich, Wupp dich Da ist der Maze Meister beobachtet uns nicht Sag mal hier, ach so, eine Rüstung Statt schon, da steht einer So, hier, Maze, was willst du denn, alter Mann? Du hast also deine Schwester gefunden Ja Hätte nie gedacht, dass sie bei Räubern lebt Ach, die hat schon immer so komischen Charakter Ja, ich bin ein Attentäter Die Leute fragen sich, wann man dich in der Arena im Witchwood sehen wird Bevor du wieder losziehst Ich hätte da noch eine Questkarte Ein Gefallen, wenn du so willst Ein alter Freund von mir wird vermisst Nennt sich der Archäologe Er könnte da über was Großes gestolpert sein Vielleicht so groß, dass sein Leben bedroht ist Okay, mal wenn es weiter nichts ist Das heißt, er hätte sich irgendwo in Witchwood versteckt Irgendwo ist immer gut Du kannst mit einem Callistor dorthin gelangen Ist hoffentlich nicht zu spät Ach, bestimmt nicht Hui So Ihr habt eine neue Questkarte bekommen Ja, ich weiß es Warum kann man in diesem Spiel nicht hüpfen? Wollt jetzt mal die Abkürzung nehmen und über das Gelände hüpfen So Weiter geht es Immer weiter und voran Dran, dran Lamm, lamm Lamm, lamm Nee So Dann nehmen wir nochmal schnell die Questkarte an Was haben wir denn? Wo ist die scheiß Questkarte? Hey, Geldenmeister Da ist keine Questkarte Nach Witchwood gehen und so Hä? Müssen wir hier vorher eins von denen noch machen, oder wie? Na gut, dann würde ich sagen, das machen wir das nächste Mal Und jetzt speichern wir nochmal Und ich würde jetzt auch mal sagen, ich mache langsam mal Schluss mal wieder Feldspielstand, Spielstand überschreiben, ja Und ich hoffe definitiv, ihr hattet Spaß Schreibt es wie immer in die Kommentare Und man sieht sich Horido Und auf Wiedersehen Ciao